Willkommen im Chaos Trawler Studio Hamburg. Heute mit Matthias, der einen Vortrag zu 12 Jahre Freifunk in Hamburg halten wird. Genau, später im Programm gibt es dann dazu noch einen Workshop und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Ja, schön, dass ich heute hier sein darf. Hallo, ich erzähle heute ein bisschen was zu Freifunk in Hamburg, dazu woher Freifunk kommt, was in den letzten fast 20 Jahren an Freifunk in der Stadt passiert ist und dann erzähle ich zum Schluss auch ein bisschen was zu den Dingen, die wir demnächst noch vorhaben. Was ist Freifunk überhaupt? Wir sind eine Initiative für freie, offene, kostenlose, vor allem WLAN-Netze in der Stadt. Wir bauen ein nicht kommerzielles Netz, das in der Hand seiner Nutzerinnen und Nutzer ist und dieses Netz steht allen offen. An diesem Netz kann sich also jeder, jede einloggen, um dieses Netz zu nutzen, aber auch jede Person kann sich an diesem Netz beteiligen und mitmachen, Teil dieses Netzwerkes werden. Um dieses Netz aufzubauen, nutzen wir vor allem freie und quelloffene Programme. Wir achten auf Netzneutralität und stellen einfach nur Infrastruktur zur Verfügung, die von allen genutzt werden kann. Freifunk gibt es im deutschsprachigen Raum inzwischen an mehr als 50.000 Zugangspunkten an mehr als 400 Orten. Dabei gibt es zunehmend Unterstützung auch durch Bund und Länder und jetzt im Dezember endlich wurde Freifunk auch als gemeinnützig anerkannt. Künftig wird es also leichter für die Freifunkinitiativen, zum Beispiel Spenden, einzusammeln. Hier sehen wir auf der linken Seite einen Freifunkknoten. Das sind die Geräte, die so ein Freifunknetz ausmachen. Freifunkknoten sind handelsübliche Router, die mit der Freifunkfirmware versehen werden und diese Freifunkfirmware sorgt unter anderem dafür, dass die Geräte meschen. Meschen heißt, wenn ich zwei Geräte in Funkreichweite zueinander aufstelle, dann verbinden diese Geräte sich selbstständig miteinander und erweitern das Netz. Und nicht alle Geräte, sondern es genügt, wenn einzelne Geräte dann Verbindung zu unseren Gateways herstellen. Das sind zentrale Server, die dafür sorgen, dass die einzelnen Freifunkinseln in der Stadt miteinander kommunizieren können und über diese Gateways hinweg kann auch eine Kommunikation in das Internet, mit dem Internet stattfinden. Mitzumachen ist also relativ einfach. Man besorgt sich einen passenden Router. Dieser Router wird dann mit der Freifunkfirmware versehen. Dieser Vorgang heißt Flashen und anschließend muss man seinen Freifunknoten nur noch konfigurieren und anmelden und dann kann das Gerät für Freifunk genutzt werden. Darüber hinaus kann man im Freifunknetz eigene Dienste anbieten. Diese Dienste sind nicht nur im Freifunk erreichbar, sondern zumindest über IPv6 auch aus dem großen Internet zu erreichen. Man kann sich weiterhin dafür engagieren, dass neue Standorte mit Freifunk erschlossen werden. Nette Standorte sind nicht nur Unterkünfte von Geflüchteten, sondern vielleicht auch Jugendzentren, Bürgerhäuser und andere Orte, wo einfach viele Menschen zusammenkommen und gelegentlich vielleicht kommunizieren wollen. Weiterhin versenken wir viel Arbeit in der Administration des Netzes. Die Firmware muss gewartet und weiterentwickelt werden. Die zentralen Gateways müssen administriert werden. Da gibt es also auch viel zu tun. Freifunk war nicht das erste WLAN in Hamburg, das sich nicht kommerziell nannte. Bereits 2002 gab es die Initiative Hotspot Hamburg. Die nannte sich auch nicht kommerziell. Die war jedenfalls kostenfrei, aber es gab, wenn man sich dort eingeloggt hat, ein Pop-up mit Sponsorenlogos. Es hatte also einen leicht kommerziellen Charakter. Für die Nutzenden war es dennoch kostenfrei. 2003 gab es da 45 Zugangspunkte, unter anderem an der Volkshochschule, im Hotel für Jahreszeiten oder auch in der Handelskammer. Die Zugangspunkte haben eine Bandbreite von etwa 2 Mbit pro Sekunde zur Verfügung gestellt. Und unter anderem mit diesen 45 Zugangspunkten wurde Hamburg im Jahr 2003 auf Platz 1 der WLAN Top 10 Städte in Hamburg gewählt. Und hier auf der rechten Seite sieht man eines der Logos der Hotspot Hamburg-Initiative. Bei Freifunk gab es erste Anläufe auch bereits 2002 in Berlin. Und ich habe Quellen gefunden, die bis in das Jahr 2003 zurückgehen. Die zeigen, dass es da dann erste Aktivitäten bei Freifunk in Hamburg gab. Und auch 2003 hat die Europäische Kommission ihren Mitgliedstaaten empfohlen, den öffentlichen Internetzugang über lokale Funkdatennetze, Funkplan zu erlauben. Das war sicherlich auch nicht unwichtig, was die Entwicklung offener Funknetze in Deutschland und Europa angeht. 2004 gab es zum Beispiel einen Vortrag zur Idee und Utopie freier Netze mit Armin Medosch und Ulf Träger im Ottenser Werkhof in Hamburg. Und dieser Werkhof, der ist heute auch noch Teil des Hamburger Richtfunknetzes. Da gibt es schon sehr viele Jahre lang einen Richtfunkstandort. Den sehen wir gleich nochmal auf einer Karte. Ja, die Organisation lief damals zum Teil über ein Wiki. Das Wiki sieht heute etwas anders aus, aber auch heute läuft noch viel Organisation und Dokumentation über Wikis. Das hier ist einfach mal ein Screenshot von 2004. Und ja, 2006 war die Freifunk-Community ein bisschen eingeschlafen. Es gab gegen Ende des Jahres ein kleines Revival und auch damals schon basierte die Firmware dieser Freifunk-Knoten auf OpenWRT. OpenWRT ist eine freie Router-Firmware, die für Freifunkzwecke angepasst wurde und auch heute ist die Freifunk-Firmware im Kern noch eine OpenWRT-Firmware. 2011 sah das Wiki dann schon etwas anders aus, aber viel Organisation lief immer noch über das Wiki und damals war Freifunk nicht so freundlich für Einsteiger, wie es heute vielleicht der Fall ist. Damals musste man sich IP-Adressbereiche in diesem Wiki reservieren, um dann eigene Freifunk-Knoten einrichten und nutzbar zu machen. Und ja, die Initiative, die sich heute Freifunk-Hamburg nennt, die hat sich 2012 zusammengefunden. Damals wurde auf Basis einer Community-übergreifenden Firmware namens, die sich heute GLUR nennt, eine neue Freifunk-Firmware für Hamburg gebaut. Und in sehr, sehr kurzer Zeit gab es dann mehr als 1.100 Knoten im gesamten Stadtgebiet und darüber hinaus. Und regelmäßig haben mehr als 2.500 Nutzerinnen und Nutzer dieses Netz gleichzeitig genutzt. Heute sind die Zahlen ähnlich. Allerdings muss man berücksichtigen, dass es inzwischen im Umland von Hamburg viele eigene Freifunk-Initiativen gibt und wir haben regelmäßig Knoten aus Hamburg an diese neuen Initiativen abgegeben. Das heißt, das Netz hat nicht aufgehört zu wachsen, sondern es gab neue eigene Initiativen und das Freifunk-Netz in Hamburg hat sich nach und nach verdichtet. Zunächst wurde der Internetzugang in Hamburg über virtuelle private Netze, VPNs, realisiert. Das heißt, der Datenverkehr lief nicht nur zentral über unsere Server, sondern dann auch noch über VPN-Anbieter ins Internet. Und das Ganze dann nahm auch noch einen Umweg übers Ausland. Das heißt, das Freifunk-Netz war nicht das allerschnellste. Wenige Jahre nach 2012 setzte aber eine Professionalisierung ein. Vor allem mit der Hilfe des Freifunk-Rheinland haben wir hier in Hamburg auch einen Provider-Status erhalten. Wir bekamen ein eigenes autonomes System mit eigenen IP-Adressen und damit konnten wir dann realisieren, dass der Datenverkehr nicht erst durchs Ausland geroutet werden muss, sondern dass man schon hier in Hamburg dann die Daten ins Internet ausleiten konnte. Bis heute gibt es keinen Verein Freifunk Hamburg. Wir sind weiterhin ein loser Zusammenschluss von Leuten, die sich mehr oder weniger regelmäßig treffen. Wir werden aber immer wieder durch verschiedene Vereine unterstützt. Wir nutzen zum Beispiel häufig die Räumlichkeiten des Chaos Computer Clubs in Hamburg. Wir sind aber auch gelegentlich beim Attraktor zu Gast. Und auch der Förderverein für freie Netzwerke hat uns in der Vergangenheit häufiger schon unterstützt. Früher gab es beinahe regelmäßig Pläner, wo grundlegende Entscheidungen getroffen wurden nach Mehrheitsentscheid, wobei wir dann ein Stück weit auch versucht haben, einen gewissen Konsens zu erreichen. Aber gleichzeitig gilt im Tagesgeschäft auch so ein bisschen das Motto, wer macht, hat recht. Einfach, weil manche Dinge sonst einfach gar nicht passieren würden. Heute ist es insgesamt einfacher, bei Freifunk mitzumachen, wenn man einfach nur einen eigenen Freifunknoten aufstellen möchte, um sein Internet zu Hause beispielsweise zu teilen. Insgesamt stellen wir aber fest, dass die steigende Komplexität zu einer größeren Einstiegshürde geführt hat. Unser Setup mit den eigenen IP-Adressen, mit den eigenen Gateways führt dazu, dass man sich erst eine ganze Weile einarbeiten muss, bevor man in der Lage ist, dieses System auch technisch zu betreuen. Ja, auch heute nutzen wir noch ein Wiki, um verschiedene Dinge zu dokumentieren. Nicht alles in diesem Wiki ist auf dem neuesten Stand. Hier ist einfach mal ein Screenshot zu sehen. Ein großes Thema für die Initiativen in ganz Deutschland. Nicht nur für uns waren die Geflüchteten. Das führte dazu, dass Freifunk nicht mehr nur technische Spielerei war, sondern plötzlich war Freifunk für viele Menschen ein wichtiger Teil der Grundversorgung. Denn der Staat hielt das nicht überall für notwendig, diesen Menschen, die gerade geflohen waren, auch einen WLAN-Zugang zur Verfügung zu stellen. Und an vielen Orten in ganz Deutschland haben dann Freifunkinitiativen dafür gesorgt, dass diese Menschen mit ihren Smartphones das Internet nutzen können. Nur in Hamburg haben wir so zwischenzeitlich mehr als 10.000 Geflüchtete mit WLAN versorgen können. Diese Entwicklung von der technischen Spielerei zu Grundversorgung führte auch immer wieder zu Konflikten. Es gab zum einen Betreiber von Unterkünften, die uns als Dienstleister wahrgenommen haben. Da gab es dann Anrufe, wo dann gesagt wurde, hallo, ist da Firma Freifunk? Das führte dann natürlich hier und da zu Unmut. Aber in der Regel haben wir einfach nur erklärt, dass wir das Ganze in unserer Freizeit und ehrenamtlich machen. Da waren die Träger dieser Unterkünfte überrascht und hatten dann auch mehr Verständnis dafür, dass wir nicht immer alles sofort regeln konnten. Darüber hinaus gab es Konflikte in Bezug auf Bezahlung unserer ehrenamtlichen Arbeit. Grundsätzlich ist es bis heute so, dass niemand von uns Aufwandsentschädigung erhält. Aber im Rahmen dieses Ausbaus in geflüchteten Unterkünften haben wir intensiv diskutiert, ob nicht Einzelne, die solche Installationen vornehmen, dafür auch eine Aufwandspauschale erhalten. Das hätte sicherlich den Ausbau in gewisser Weise beschleunigt. Gleichzeitig hätte es einen leicht kommerziellen Charakter in das Freifunknetz gebracht, weil wir plötzlich auch Verpflichtung haben. Das ist eben dann nicht mehr nur eine technische Spielerei. Und es wäre hier und da auch unfair, weil die Menschen, die unsere Gateways betreiben, das Ganze in ihrer Freizeit machen und darüber dann ermöglichen würden, dass andere Leute ihr Geld verdienen. Ein weiteres Projekt, wo wir viel Zeit versenken, ist unser Richtfunknetz. An dem bauen wir seit 2014 und das entwickeln wir bis heute weiter. Dieses Richtfunknetz ermöglicht es uns, unabhängig von den normalen Internet Service Providern zu werden. Wenn man in der Stadt ein Netz betreiben möchte, dann müssen die Leute irgendwie miteinander kommunizieren können. Da könnte man Kabel verlegen. Das Verlegen von Kabeln ist aber teuer. Deswegen versuchen wir auf der Basis von WLAN, die verschiedenen Freifunkinseln in der Stadt miteinander zu verbinden. Dabei wurden wir auch wiederholt gefördert. 2014 vom CCC und 2015 wurden wir erstmalig von der Stadt finanziell gefördert. Und auch dieses Jahr wieder haben wir Geld von der Stadt bekommen, um unser Richtfunknetz weiter ausbauen zu können. Und darum geht es nachher auch in dem Workshop. Da wollen wir mit euch nämlich über neue potenzielle Dachstandorte sprechen, damit wir das Geld, das wir von der Stadt bekommen, auch in schöne neue Standorte investieren können. Hier sehen wir eine Karte des Richtfunknetzes. Im Zentrum in Altona ist der Kern unseres Richtfunknetzes. Dort auf der Viktoria-Kaserne haben wir einen größeren Richtfunkstandort mit vielen Antennen. Im Norden geht es in Richtung Eimsbüttel und dann nochmal zwei Kilometer durch die Luft weiter nach Lokstedt. Und im Südosten sehen wir einen Knoten an den Landungsbrücken. Und von dort aus geht das Ganze sechs Kilometer weiter zur Umweltbehörde nach Wilhelmsburg. Das heißt, wenn man möchte und die Sichtverbindung da ist, dann kann man auch sehr große Entfernung mit Freifunkrichtfunk überbrücken. Ja, dann beschäftigen wir uns auch immer wieder, manchmal leider, mit Politik. Zum einen wollen wir natürlich gerne gefördert werden, auch finanziell. Aber wir wollen auch städtische Gebäude nutzen können, um unser Richtfunknetz auszubauen. Dann sind wir endlich gemeinnützig. Das haben Bundesrat und Bundestag endlich im Dezember beschlossen, nachdem es seit mehr als fünf Jahren immer wieder Anläufe in diese Richtung gab. Und das führt dazu, dass wir künftig viel leichter Spenden zum Beispiel einsammeln können. Dann war lange die Störerhaftung ein Thema und auch Open Source und hackbare Hardware beschäftigt uns immer wieder. Um unser Freifunknetz zu bauen, verlassen wir uns auf handelsübliche Router. Diese Router versehen wir mit einem eigenen Betriebssystem, um alles aus diesen Geräten rauszuholen. Und das funktioniert nur, wenn man diese Geräte auch mit eigener Firmware versehen kann. Es gibt gelegentlich Bestrebungen in der EU, funkende Geräte besser abzuschließen. Und wir setzen uns nach unseren Möglichkeiten dafür ein, dass man auch weiterhin seine eigene Software auf diesen Geräten betreiben kann. Leider wieder aktuell ist auch das Thema Vorratsdatenspeicherung. Das wird uns sicherlich im kommenden Jahr noch mehr beschäftigen. Auch die Upload-Filter sind gerade aktuell und auch das Thema Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bewegt uns. Da werden wir sicherlich auch im nächsten Jahr noch mehr von hören. Ja, was planen wir als nächstes? Wir müssen auf jeden Fall mehr daran arbeiten, Nachwuchs zu gewinnen. Ein schönes Thema dafür ist sicherlich Richtfunk. Das Geld dafür ist schon da. Wir brauchen nur noch die schönen Standorte. Und dann werden wir uns sicherlich, wie eben schon erwähnt, leider auch mit der Politik auseinandersetzen dürfen. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Jetzt stehe ich noch für Fragen zur Verfügung. Ihr könnt uns auch gerne im Anschluss noch eine E-Mail schreiben an kontakt.hamburg.freifunk.net. Außerdem findet ihr unsere Webseite unter www.hamburg.freifunk.net.